Musik Das Tennengebirge in Abtenau im Land Salzburg. Eine Aufnahme von Paul Gamsäger von Gosau. Die Aufnahme stammt vom Tag 23. April 2012. Musik Das Tennengebirge. Aufnahme vom 23. April 2012 in Abtenau im Land Salzburg, Österreich. Musik Musik Es liegt durch viel Schnee auf dem Tennengebirge in Abtenau. Musik Am 23. April 2012. Musik Aufnahmen für Breitleinwand in Kinoqualität, in HD-Qualität. Ein Video von Paul Gamsäger, Gosau, Oberösterreich. Musik 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 Musik